Gut, wir hatten im ersten Teil diese Bestandsaufnahme, einfach ganz nüchtern, was passiert da in unserem Land, was passiert da in der Kirche Jesu und jetzt die zweite Frage, wie gehen wir damit um? Und dieser zweite Vortrag wird drei Teile haben, den Konstruktion verstehen, Dekonstruktion erkennen, wir werden uns mit vier Bruchlinien in der progressiv-evangelikalen Theologie beschäftigen und auch die Frage stellen, welche Folgen hat das für den Glauben und für die Kirche Jesu und wie können wir dem Ganzen begegnen? Also es geht los mit dieser Frage, Dekonstruktion verstehen, was passiert da eigentlich? Dekonstruktion beginnt immer mit einem Ist-Zustand, mein Glaube, jeder von uns hat einen, mit mein Glaube meine ich jetzt nicht nur meine theologischen Überzeugungen, ich meine auch die Art, wie ich meinen Glauben praktiziere, welche Frömmigkeitsformen ich habe, in welchem Umfeld ich mich bewege, mich vielleicht auch aktiv engagiere, das ist mein Glaube, so wie er heute ist. Und ich denke, jeder Christ kommt manchmal an den Punkt, so wie ich am Anfang mit meinem Lego-Technik-Bausatz, dass ich merke, ups, irgendetwas stimmt nicht. Etwas stimmt nicht mit meinem Glauben. Das können unterschiedliche Dinge sein, dass ich zum Beispiel den Eindruck habe, mein Glaube tut mir nicht gut. Jesus hat doch gesagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Ich habe ja das Gefühl, mein Glaube macht mich unfrei, der beengt mich, der belastet mich. Vielleicht sogar, mein Glaube macht mir Angst oder der macht mich krank. Solche Äußerungen gibt es ja immer mal wieder. Oder mein Glaube leuchtet mir nicht mehr ein. Ich lese die Bibel und denke, das kann nicht sein. Das ist doch nicht möglich. Eine Jungfrau kriegt keine Kinder und unterschiedlichste Dinge, die ich da einfach nicht mehr glauben kann. Wo ich so unter intellektueller Schizophrenie leide und nicht damit klarkomme. Oder mein Glaube funktioniert nicht. Ich bete seit Jahr und Tag immer für diese eine Sache. Aber nicht nur, dass es nicht erhört wird. Es wird schlimmer. Was ist denn da los? Ich habe das Gefühl, ich bete nur zur Decke. Das klappt irgendwie nicht bei mir. Oder mein Glaube bringt meine keine Frucht. Ich engagiere mich seit Jahr und Tag jetzt in der Kinder- und Jugendarbeit und trotzdem werden es immer weniger. Und die wenigen, die noch da sind, nachher gehen sie raus in die Welt und verlieren ihren Glauben wieder. Ja, das stimmt doch etwas nicht mit meinem Glauben. Und so fängt man an, sich den Glauben anzuschauen und einzelne Dinge genauer zu betrachten. Und man lässt es zu, dass kritische Fragen Raum gewinnen und dass sie meinen Glauben, so wie er jetzt im Moment ist, infrage stellen dürfen. Das nennt man Dekonstruktion. Und ich lasse es zu, dass bestimmte Glaubensüberzeugungen, die mich bisher geprägt haben, dass ich die hinterfrage, dass ich den Gedanken zulasse, das könnte falsch sein. Es könnte sein, dass ich umdenken muss. Wenn ich das immer mehr mache, wenn ich immer mehr Elemente meines Glaubens infrage stelle, dann kann das letztlich sogar dazu führen, dass am Ende nichts mehr übrig bleibt von meinem Glauben. Dann würden wir nicht mehr von Dekonstruktion sprechen, sondern von Dekonversion. Das kann passieren, das passiert auch bei vielen Christen, so wie wir es vorher auch gehört haben. Mein Glaube macht keinen Sinn mehr. Oder aber bei anderen kann es zu führen, dass sie dann irgendwann anfangen, den Glauben, den sie auseinandergebaut haben, irgendwie neu zusammenzusetzen. Das kann man dann Rekonstruktion nennen. Ich, passt vielleicht dieses Umzugsbild dazu, ja, ich entsorge ein paar Dinge, andere Dinge, die nehme ich neu rein und dann bin ich irgendwann in meiner neuen Glaubenswohnung. Ich habe mir einen neuen Glauben konstruiert. Das ist ein Prozess, der dann wieder von vorne losgehen kann. Die Frage ist jetzt, ist denn das eigentlich was Schlechtes? Ist es schlecht, durch solche Dekonstruktionsprozesse zu gehen? Und ich würde sagen, grundsätzlich auf gar keinen Fall. Die Bibel ist ganz im Gegenteil voll von diesem Thema, voll von Dekonstruktion. Lies mal die Propheten. Sie gehen zum Volk Israel und sagen, mit eurem Glauben stimmt was nicht. Ja, ihr betet hier im Tempel Yahweh an und zu Hause habt ihr euren eigenen kleinen Götzen. Das muss dringend dekonstruiert werden. Ihr bringt am Schabbat eure Opfer da und am nächsten Tag behandelt ihr eure Knechte gewalttätig. Das passt nicht zusammen. Dringend bitte dekonstruieren, unbedingt. Bei Jesus genauso. Er sagt zu den Pharisäern, Otternbrut und Natterngezücht und getünchte Gräber. Euer Glaube passt nicht, muss dringend dekonstruiert werden. Paulus ist sogar ein ganz großer Fan von Dekonstruktion. Er sagt, die Waffen unseres Kampfes sind nicht von menschlicher Art, das sind die mächtigen Waffen Gottes, mit denen man Festungen niederreißen kann. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstellen sie Christus. Also Paulus hat gesagt, Dekonstruktion ist mein Geschäft. Ich zerstöre Gedankengebäude. So wichtig, dass wir das tun. Aber er sagt hier, das Ziel von dem ganzen Ding ist, dass die Gedanken Christus unterstellt werden. Und damit wird was deutlich. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Dekonstruktion. Und der Unterschied entsteht bei der Frage, wer oder was ist denn eigentlich der Maßstab für meine Dekonstruktion und für meine Rekonstruktion? Bin das entweder ich, das was sich für mich gut anfühlt, was mir einleuchtet, was ich gerne möchte, bin ich selbst der Maßstab für meine Dekonstruktion und meine Rekonstruktion? Oder lasse ich es zu, dass da etwas von außen auf mich zukommt? Eine Realität, die ich nicht manipulieren kann und der ich mich unterordne. Eine Realität, die mir entgegentritt von außen, letztlich Gott, die mein Maßstab ist, die mir von außen begegnet, für die Dekonstruktion meines Glaubens und für die Rekonstruktion meines Glaubens. Ich weiß nicht, ob du in deinem Glauben schon mal durch den Dekonstruktionsprozess gegangen bist. Ich möchte euch ein Beispiel aus meinem Leben erzählen. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Ich war immer ein Riesenfan von dieser Geschichte im Buch Joshua. Joshua, kennt ihr sicher, Joshua geht mit dem Volk und der Armee auf Jericho zu und sie ziehen um diese Stadt und zum Schluss blasen sie in die Schofahrhörner und die Mauern stürzen ein. Ich weiß schon, in der Kinderkirche hat mich diese Story begeistert. Wie großartig. Mein Gott ist stärker als die Mauern, die mir entgegenstehen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Er zerstört das, was mich plagt und einengt und mir im Weg steht. Halleluja, was für eine großartige Geschichte. Das war immer so der Rahmen, in dem ich dieser Geschichte begegnet bin. Deshalb fand ich die immer fantastisch. Bis mir eines Tages etwas aufgefallen ist. Das hatte ich bis dahin nie im Blick. In dieser Geschichte geht es um Krieg. Und zwar um einen ziemlich blutigen, grausamen Krieg. Und es geht um Krieg nicht nur im Namen Gottes, sondern Gott kämpft da aktiv mit. Er hilft mit, dass dieser blutige Krieg da passieren kann. Moment, ist der Gott des Alten Testaments nicht der gleiche, der sagt, du sollst nicht töten? Jetzt habe ich da zwei Teile meines Glaubens in der Hand, die passen nicht zueinander irgendwie. Und es ging dann weiter. Die Dekonstruktion hat sich ausgeweitet, weil ich habe festgestellt, Mensch, diese gewalttätigen Texte in der Bibel, die gibt es nicht nur bei Joshua. Ich finde sie bei Mose. Ich finde sie bei den Propheten, in den Klageliedern, in den Psalmen. Ich finde sie auch im Neuen Testament. Vor allem in der Offenbarung, da geht es manchmal echt, echt brutal zu. Und Jesus mittendrin, er ist der Mann mit dem Schwert im Mund, der seine Feinde besiegt. Wie passt es zu dem Jesus, der doch nicht nur gesagt hat, du sollst dich töten, der sogar gesagt hat, du sollst deine Feinde lieben. Wie passt es zueinander? Und dann stehst du plötzlich da mit Teilen deines Glaubens und fragst dich, wie gehe ich jetzt da damit um? Und ich denke, es gibt dann in so einer Situation, so einem Moment, drei Möglichkeiten. Entweder du versuchst es unter den Teppich zu kehren und zu verdrängen. Machen manche Christen, ich merke zum Beispiel, bei mir funktioniert das nicht so richtig gut. Ich kriege das nicht hin auf Dauer, weil ich mag diese, ich habe es vorher schon gesagt, diese intellektuelle Schizophrenie nicht. Ich merke, wenn bei mir Glaube und Denken in einem zu starken Widerspruch ist, komme ich auf Dauer nicht klar damit. Ich kann damit leben, dass ich nicht alle Fragen beantworten kann, weil ich glaube, niemand kann alle Fragen beantworten. Eins, zu grundlegend wird, zu offensichtlich wird, komme ich nicht klar. Ich kann es eine Weile wegschieben, aber irgendwann kommt es mit Macht wieder hoch, vor allem, wenn es mir mal nicht so gut geht. Ich muss mit dieser Frage was machen. Zweite Möglichkeit, ich kann der Kritik folgen, die eigentlich da drin steckt und könnte jetzt dem nachgehen, dass da in mir eine Stimme sagt, da stimmt was nicht mit diesen Texten. Das sind doch zwei verschiedene Götter in der Bibel. Der eine Gott, der da Krieg führt und der andere, der sagt, du sollst deine Feinde lieben. Es ist, so wirkt es auf mich, es wirkt wie ein Widerspruch. Also folge ich meinem Gedanken. Es kann nicht sein, das sind offensichtlich nicht der eine heilige Geist, der hinter allen diesen Texten steht. Ich lasse es zu, dass da ein Bruch in meinen Glauben geschieht. Mir ist es wichtiger, dass mein Denken da konstant die Oberhand behalten kann. Das ist die zweite Möglichkeit. Ich habe mich für die dritte Möglichkeit entschieden, die ist, ich bleibe bei dem Gedanken, dass dieses eine Buch vom Heiligen Geist inspiriert ist, deswegen eine Einheit darstellt und ich fange an, diese Frage in dieses Wort hinein zu tragen und ich frage die Bibel, andere Texte danach, wie kann denn das zusammenpassen? Und ich weiß, es war ein monatelanger Prozess, auch kein ganz leichter Prozess. Ich habe Gott in den Ohren gelegt, ich will das verstehen. Wie passt denn das bitte zueinander? Wie kann ich das wieder zusammenbauen? Es hat Monate gedauert, bis ich ein Teil, ich hatte wie das Gefühl, Gott gibt mir ein Teil nach dem anderen, wie Puzzleteile, die ganz langsam ich wieder zusammensetzen kann und die ein neues Bild ergeben. Und tatsächlich ging es mir am Ende so, dass es meinen Glauben vertieft hat, gestärkt hat, aber war nicht so leicht. Es war schon ein intensiver Prozess. Ich möchte es nochmal hier zeigen. Dekonstruktionsprozesse sind, glaube ich, grundsätzlich was Gutes. Wie gesagt, die Bibel ruft dazu auf, unseren Glauben zu dekonstruieren, wo er nicht mit der Offenbarung Gottes übereinstimmt. Aber die Frage ist eben, ist der Maßstab für meine Dekonstruktion und Rekonstruktion Gott, Gott selbst? Dann wäre es eine theozentrische Dekonstruktion, also eine gottzentrierte Dekonstruktion, die dazu führt, dass meine Theologie zunehmend in der Offenbarung Gottes gründet? Oder bin der Maßstab ich selbst? Dann wäre es eine anthropozentrische Dekonstruktion und Rekonstruktion, also menschenzentriert, die dazu führt, dass meine Theologie zunehmend in menschlicher Erfahrung und Interpretation gründet. Zwei verschiedene Arten von Dekonstruktion und Rekonstruktion, die wir unterscheiden müssen. Und jetzt höre ich förmlich meine progressiven und postevangelikalen Freunde aufschreien und sagen, Markus, du machst dir hier gerade was vor. Du denkst also wirklich, du hättest hier mit diesem Buch einen Maßstab in der Hand, der dir quasi objektiv objektiv sagen kann, wie du zu denken hast und wie dein Glaube konstruiert wahr sein soll. Hey Markus, es funktioniert doch nicht. Die Bibel ist nicht wie so eine Lego-Anleitung, wo du genau vorgegeben kriegst, wie ein Teil zueinander gehört. Die Bibel ist doch ganz anders. Da sprechen mindestens 40 verschiedene Autoren aus ganz verschiedenen Zeiten in ganz verschiedene Situationen und Kulturen hinein. Die Bibel hat selber eine innere Entwicklung, eine heilsgeschichtliche Entwicklung. Das ist nicht wie eine Bastelanleitung, Markus. Dieses Buch ist sehr viel komplexer. So, das ist der eine Einwand, der da kommt. Der nächste Einwand heißt, hey Markus, sei doch bitte mal realistisch. Wenn du glaubst, du nicht ernsthaft, dass die Bibel der einzige Faktor ist, der deinen Glauben prägt. Hey Markus, das kann nicht sein. Markus, du hast Erfahrungen gemacht in deinem Leben. Du hast eine Biografie und natürlich prägt die deinen Glauben mit. Du hast Autoritäten, die du einfach cool fandest oder gut fandest oder überzeugend fandest. Die haben deinen Glauben geprägt. Du bist von Traditionen geprägt. Von Kind auf hast du dich in einem bestimmten religiösen Umfeld bewegt. Natürlich hat es deinen Glauben geprägt. Und hey, du bist ja jetzt noch nicht ganz dumm. Deine Vernunft, die prägt natürlich auch deinen Glauben mit. Und das ganze Wissen, du hast studiert und du hast auch Dinge gehört, die nicht jetzt sofort eins zu eins zu erster Mose eins und zwei passen in deinem Biologiestudium. Natürlich prägt das deinen Glauben mit. Also sei nicht so naiv, Markus, dass du denkst, du hättest einfach da so einen Maßstab und der prägt deine Glaubensentwicklung. So ist es doch nicht. Und ich würde sagen, diese Einwände sind berechtigt. Natürlich ist es so, dass die Bibel nicht einfach nur wie eine Bastelanleitung ist. Die ist sehr viel komplexer. Und natürlich ist es so, dass alle diese Faktoren tatsächlich unseren Glauben mit prägen. Und ich würde sogar sagen, das ist gut so, das ist sogar wichtig so. Ich würde uns intensiv warnen vor einem vernunftfeindlichen Glauben, der das Denken unterdrückt. Ich würde uns sehr warnen davor, einfach unsere Erfahrungen völlig auszublenden und so zu tun, als gäbe es die nicht. Ich würde intensiv davor warnen, uns von Traditionen komplett abzuschneiden. Unsere Traditionen, unsere Glaubenswurzeln, unsere Glaubensväter und Mütter, was sie für uns getan haben, ist wichtig für unseren Glauben. Ich würde intensiv davor warnen, ein Glauben zu leben, in dem du sagst, es gibt für mich keine Autoritäten, keine Vorbilder, von denen ich lerne. Das brauchen wir. Natürlich brauchen wir das. Und es ist tatsächlich auch so, weil die Bibel eben kein so klarer Maßstab ist, wird tatsächlich unser Glaube, selbst wenn wir ihn komplett an diesem, alle miteinander, komplett an diesem Buch orientieren wollen, da wird es natürlich Unterschiede geben, weil wir dieses Buch niemals alle genau gleich in allen Fragen, in allen Details gleich verstehen werden. Und ich würde sogar sagen, auch das ist gut so. Wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo alle alles genau gleich sehen, da hätte ich den Verdacht, dass was nicht stimmt, da hätte ich den Verdacht, dass hier Manipulation und Machtmissbrauch eine gewisse Rolle spielen. Deswegen Vorsicht vor Gemeinschaften, in denen es Leiter gibt, die den Anspruch haben. In jeder Frage müsst ihr genauso denken, wie ich das sehe. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Buch hier ein Maßstab sein kann. Warum glaube ich das? Martin Luther hat diese Frage auch umgetrieben. Und er hat gesagt, ja, so ist es. Wissen ist wichtig, Vernunft ist wichtig, Tradition ist wichtig, Autoritäten sind wichtig. Aber er hat gesagt, am Ende will ich trotzdem, dass die Heilige Schrift das letzte Wort hat. Ich will, dass die Schrift am Ende herrsche oder regiere. Und damit es praktisch wird, hat er ein Prinzip etabliert, das ich für sehr wichtig halte. Er hat gesagt, die Schrift muss sich selbst auslegen. Das war für ihn Sola Scriptura. Allein die Schrift, er hat gesagt, am Ende entscheidet nicht meine Erfahrung, die ist zwar wichtig, die gucke ich an, die berücksichtige ich, auch nicht die Tradition, auch die ist wertvoll, auch die gucke ich an. Ich höre auch, was Autoritäten sagen, aber am Ende, selbst wenn es der Papst sagt, gilt für mich zum Schluss, die Schrift hat das letzte Wort. Und entscheidend wichtig, um zu verstehen, wie ein bestimmter Text zu verstehen ist, ist für mich, was sagen denn die anderen Texte über diesen Text, mit dem ich mich gerade beschäftige. Das ist das Prinzip Sola Scriptura. Und deswegen, auch mit diesem Prinzip wird es immer Themen geben, wo wir diskutieren werden. Aber, klar ist auch, es gibt dann Aussagen der Bibel, die sind so grundlegend, so durchgängig, so eindeutig, dass wir an denen nicht vorbeikommen, wenn wir sagen, dass die Schrift, dass die Bibel unser Maßstab ist. und meine Beobachtung ist, ja, es gibt auch unter ganz Bibeltreuen oder Evangelikalen oder wie du sie auch immer nennen möchtest, Christenthemen, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber es gibt grundlegende Themen, bei denen ist die Bibel so durchgängig, so eindeutig, dass ich an ihnen nicht vorbeikomme, es sei denn, ich zerbreche etwas, ich zerbreche einen Teil der Bibel, der dort eigentlich sehr klar und sehr deutlich angelegt ist. Ja, wie in unserem Lego-Modell, du kannst lang rumdoktern, wie passen die Teile richtig zusammen, aber wenn du anfängst, Teile zu zerbrechen, damit sie in das Bild passen, wie es du dir vorstellst, dann merkst du, jetzt habe ich grundlegend das verlassen, was eigentlich das Anliegen der Leute war, die diesen Bausatz zusammengestellt haben. Und ich möchte mit euch vier Bruchlinien angucken, die mir aufgefallen sind in postevangelikaler progressiver Theologie. Vier Themen, die in der Bibel durchgängig zusammengehalten werden, die aber in der postevangelikalen progressiven Theologie zunehmend voneinander getrennt werden. Und ich möchte auch kurz mit euch darüber nachdenken, welche Konsequenzen es hat für den persönlichen Glauben, und für die Kirche Jesu. Fangen wir an mit dem ersten Bruch, das ist der Bruch zwischen Schrift und Offenbarung. Schrift und Offenbarung. Schrift und Offenbarung, das heißt, es geht darum, die Texte, die ich da habe, haben in der Bibel durchgängig den Anspruch, Offenbarung Gottes zu sein. Ihr kennt alle diesen Vers von Paulus, 2. Timotheus 3, 16. Alle Schrift, alle Schrift von Gott eingegeben, Theopneustos, Geist durchhaucht, von Gottes Geist inspiriert. Petrus macht es ein bisschen konkreter, er sagt, vor allem müsst ihr wissen, dass keine prophetische Aussage der Schrift aus eigener, eigenen Deutung stammt. Diese Menschen wurden vielmehr vom Heiligen Geist gedrängt, das zu sagen, was Gott ihnen aufgetragen hatte. Also Petrus sagt, Schrift, Heilige Schrift. Ja, da reden Menschen, ganz klar. Es sind Menschen, die da sprechen. Aber sie sprechen nicht einfach das, was sie sich ausgedacht haben, sondern sie werden dabei vom Heiligen Geist gedrängt, bewegt, wie auch immer das genau gelaufen ist, da müssen wir keine Theorie draus machen. Jedenfalls ist für Petrus klar, Gott steht hinter diesen Texten. Diese Texte haben einen weit höheren Horizont als den rein menschlich denkbaren Horizont, weil der Heilige Geist die Entstehung dieser Texte geprägt hat. Es gibt eine schöne Aussage von dem Theologen Professor Gerhard Mayer, der war ja lange Zeit Landesbischof in der Württembergischen Kirche. Er hat geschrieben, und Gott sprach ist der Grundton der biblischen Erfahrung. Keiner der biblischen Propheten beginnt seine Botschaft mit der Aussage, ich habe mit Gott folgende Erfahrungen gemacht oder Ähnlichem. Nein, von Jesaja bis zur Johannes Offenbarung beginnen sie mit dem Hinweis, der Herr redet, das Wort des Herrn geschah, er offenbart, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Und Gerhard Mayer kommt sogar zu der Aussage nach seiner intensiven Analyse der biblischen Texte des Neuen Testaments, er sagt, für die Autoren des Neuen Testaments waren die beiden Wendungen, die Schrift sagt und Gott sagt untereinander austauschbar. Er hat die Verwendung des Mal so, Mal so, wenn die Schrift etwas sagt, dann gilt das, dann ist es wie, wenn Gott das sagt. Er stellt auch fest, für Jesus selber war das völlig klar, er fragt immer, habt ihr nicht gelesen, sonst wüsstet ihr, wie Gott über diese Sache denkt. Die Schrift hatte auch für Jesus vollständige Autorität und entsprechend bekennt die evangelische Allianz in ihrer Glaubensbasis, die Bibel bestehend aus den Schriften des Allentestaments ist Offenbarung des Dreieinen Gottes. Sich von Gottesgeist eingegeben, zuverlässig, höchste Autorität, in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung. Da wird Schrift und Offenbarung als identisch angesehen. Die Schrift ist Offenbarung. Ganz anders zum Beispiel in einem aktuellen Grundsatztext der evangelischen Kirche. Da wird gesagt, die biblischen Texte werden gehört und ausgelegt als Gotteswort im Menschenwort, dass das endgültige Wort Gottes in Person und Wirken Jesu Christi bezeugt. Das hört sich erstmal gar nicht so fremdartig an, aber genau hinschauen, da ist ein kleiner, aber entscheidender Unterschied. Bei der Allianz wird gesagt, die Schrift ist Offenbarung. Hier in diesem Text von der evangelischen Kirche wird gesagt, die eigentliche Offenbarung ist Jesus Christus und der Bibeltext bezeugt diese Offenbarung, die aber Jesus Christus ist. Also der Unterschied ist, in einem Fall ist dieser Text Offenbarung, im anderen Fall wird gesagt, dieser Text bezeugt die Offenbarung. Das heißt, da wird gesagt, der Text an sich, wie er ist, ist keine Offenbarung. Da waren Leute unterwegs, die waren eng mit Jesus Christus verbunden, sie bezeugen diese Offenbarung Jesus Christus, der Text selber ist aber menschlicher Natur. Beide reden davon, dass die Bibel Gottes Wort im Menschen Wort sei. Im einen Fall ist gemeint, ja, die Bibel ist Menschen Wort, Menschen haben geredet, so wie es Petrus auch sagt, also ist zugleich voll und ganz Gottes Wort. Im anderen Fall ist gemeint, die Bibel kann Gottes Wort enthalten beziehungsweise vermitteln. Mal ein Zitat von Siegfried Zimmer, er sagt, der Satz, die Bibel ist Gottes Wort, den finde ich gut, sagt er oft in seinen Wörthaus Vorträgen, die Bibel ist Gottes Wort, aber was meint er damit? Er meint damit, Gott kann und will durch die Bibel zu uns reden. Der Theologe Udo Schnelle formulierte so, natürlich ist die Bibel das Wort Gottes, sie ist es aber nicht an sich, sondern immer dann, wenn sie für Menschen zum Wort Gottes wird. In dem Moment, wo es Menschen erreicht und zum Glauben an Jesus Christus führt, wird die Bibel zum Wort Gottes. Was hier deutlich wird, ist ein anderes Inspirationsverständnis. Die Inspiration der Bibel bezieht sich bei Evangelikalen zuerst mal auf die Entstehung dieser Texte. Evangelikale sind überzeugt, die Entstehung dieser Texte geht auf ein Wirken des Heiligen Geistes zurück. Progressiven oder Post-Evangelikalen Bibelverständnis ist es anders. Da wird gesagt, die Entstehung der Texte ist ein menschlicher Prozess. Wir verstehen Inspiration so, dass es etwas damit zu tun hat, mit einem Prozess, der passiert, wenn wir diese Texte lesen. Sagt zum Beispiel Thorsten Dietz, Inspiration ist insofern keine mechanische Theorie, so und so sind diese Texte entstanden. Nein, Inspiration ist ein Mitteilungs- und Erkenntnis Zusammenhang, in dem gehört, gelesen, verstanden, bezeugt und gelebt wird. Und noch klarer sagt es hier Martin Benz, Inspirationsverständnis heißt für mich heute nicht mehr, dass die Entstehung der Bibel vor allem inspiriert ist, sondern die Wirkung der Bibel ist inspiriert. Das heißt, das glauben Evangelikale ja auch, wenn du in diesem Buch liest, kann der Heilige Geist dir dieses Wort verständlich machen, ganz klar, glauben Evangelikale auch, aber im progressiven Bibelverständnis wird die Inspiration auf den Prozess des Lesens beschränkt, reduziert, es wird aber nicht mehr angenommen, dass der Heilige Geist bei der Entstehung der Texte entscheidend war. Und es hat eine entscheidende Konsequenz. Eine Konsequenz für die Frage, darf man diese Texte eigentlich kritisieren? Darf man Inhalte dieser Texte ablehnen, ja oder nein? Ein Evangelikaler sagt dazu, ich kann diese Texte nicht kritisieren, es ist unmöglich. Wenn Gott doch spricht, wer bin ich Mensch dann, dass ich sagen kann, hey Gott, sehe ich anders, das geht nicht. Aber wenn diese Texte menschliche Texte sind, dann kann ich sie sehr wohl kritisieren. Siegfried Zimmer sagt, eine Kritik an den Offenbarungsereignissen steht keinem Mensch zu und damit meint er, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Die schriftlichen Darstellungen von Offenbarungsereignissen, das ist was wir hier in der Bibel haben, die darf man aber untersuchen, auch wissenschaftlich und kritisch. Mit Kritik meint er da nicht nur so unterscheiden die Kritik, sondern er meint echte Kritik, in dem Sinne, wie wir das Wort heute auch benutzen, dass wir verstehen, der biblische Autor will dieses oder jenes sagen, wir sind heute aber anderer Meinung. Das nennt man in der Theologie Sachkritik, die ist in evangelikaler Theologie und im evangelikalen Bibelverständnis einfach unmöglich, weil wir werden Gott niemals kritisieren, niemals ablehnen, niemals zurückweisen. Wir werden, wenn Gott spricht, immer sagen, da kann eigentlich nur Vertrauen und Gehorsam unsere Reaktion sein. Aber in progressiver und postevangelikaler Theologie ist Sachkritik völlig normal, dass wir herausarbeiten, was wollte der Autor tatsächlich sagen, dass wir dann aber sagen, aus heutiger Sicht müssen wir, dürfen wir das kritisieren, zurückweisen, wir dürfen es anders verstehen. Nur so ist es verständlich, warum in progressiver und postevangelikaler Theologie oft Leute zu Schlussfolgerungen kommen, die auch in ganz eindeutigen und klaren und durchgängigen Aussagen der Bibel widerspricht. Nur ein kleines Beispiel dazu. Ich habe vorher schon Jakob Friedrichs erwähnt, von früher nimmt zwei, heute super zwei, er hat 2020 ein Buch geschrieben, zu Ostern, und da steht zum Beispiel dieser Satz drin, wenn es dir also wichtig ist, an Jesus als den Sohn einer jungen Frau zu glauben, dann tu es mit Freude, wenn dich diese Vorstellung jedoch eher befremdet, dann lass es und bitte nicht minder freudig. Eine typisch postevangelikale Aussage. Wer ist der Maßstab? Ich selber. Komme ich damit gut klar? Dann okay. Postevangelikale sind nicht unbedingt wunderkritisch. Die sagen nicht, Wunder hat es nicht gegeben. Nur kann sein, kann sein, dass Jesus wirklich den Sturm gestillt hat. Aber so zugleich gesagt, ist aber nicht wichtig. Entscheidend ist, dass Jesus den Sturm in deinem Herzen stillt. Es ist nicht wirklich wichtig, ob Jesus wirklich den Blinden geheilt hat. Wichtig ist, dass Jesus deine Blindheit heute wegnimmt und dir wieder eine klare Perspektive gibt. Aber das klingt ja auch sehr großherzig und sehr weitherzig. Jeder darf das sehen, wie er möchte. Aber liebe Freunde, was passiert hier? Die Jungfrauengeburt ist keine Nebensache im Christentum. Die Jungfrauengeburt wird in der Bibel eindeutig bezeugt, samt allem Erstaunen und aller Verwirrung, die dieses biologische Wunder damals produziert hat. Die ersten Christen haben die Jungfrauen aufgenommen in ihre aller zentralsten Glaubens Glaubensbekenntnisse ins Apostolikum in das Nizeno Constantinum Bolitanum. Denen war das wichtig, weil die Jungfrauengeburt deutlich macht, dass Jesus eben nicht nur Mensch ist, sondern dass er eben auch Gott war, der Mensch gewordene Gott. Das heißt, die Jungfrauengeburt war eins dieser Elemente, das von Beginn an die Christen in all ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeiten miteinander verbunden hat. Und bis heute gehört die Jungfrauengeburt zu diesem zentralen Bekenntnis dem Nizeno des Kirchen in der ganzen Welt miteinander verbindet. Wenn ich jetzt komme und sage, ja, aber ob du das glauben willst oder nicht, dann klingt es zwar weitherzig, aber der Effekt ist klar, dass wieder ein Teil dieses verbindenden Glaubensfundaments des Christen aus der ganzen Welt miteinander verbindet, verloren geht. Meine Beobachtung ist, dass dieses Bibelverständnis tatsächlich direkt diese Konsequenz hat, dass Einheit in Vielfalt nicht mehr möglich ist. Ja, das muss uns Christen ja immer umtreiben. Wie geht Einheit? Jesus hat für Einheit gebetet. Jesus hat gesagt, unser Zeugnis in der Welt hängt dran, dass wir Einheit haben, obwohl wir so unterschiedlich sind, obwohl wir so vielfältig sind. Die ersten Christen, das war ein wahnsinnig bunter Haufen und Paulus war das wichtig, dass man da Einheit hat und er hat gesagt, deswegen ist es wichtig, dass wir bei Prägungsfragen, bei kulturellen Fragen, da haben wir große Vielfalt miteinander. Da ist es mir auch selber wichtig, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Also bei solchen Randfragen, Prägungsfragen, Kulturfragen, da hatte Paulus eine große Weite, aber wenn es ums Evangelium ging, da war es vorbei mit der Großherzigkeit. Ich traue mich kaum, es vorzulesen, was Paulus schreibt, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, ihr könnt selber lesen, was da steht. Da war für Paulus die Großherzigkeit und die Weitherzigkeit komplett vorbei. Er hat gesagt, in den Kernfragen des Evangeliums, da müssen wir komplett bei dem bleiben, was ihr von den Aposteln ein für allemal gelernt habt und was überliefert wurde. Deswegen war es auch den ersten Christen so wichtig, wir müssen formulieren, bei welchen Themen wir komplett beieinander sind, weil sie aus der Bibel eindeutig hervorgehen. Wir haben schon in der Bibel selbst diese Bekenntnisse. Heute haben Bekenntnisse oft so ein bisschen Geruch von das sind so Buchstaben Fanatiker, das sind so Leute, die wollen Klarheit und alles klar durchformuliert haben. Für die ersten Christen war das anders. Für sie waren Bekenntnisse verbindende Glaubensschätze, die Einheit überhaupt möglich gemacht haben, weil diese junge Kirche, die waren so wilder, bunter Haufen und sie haben gemerkt, unsere Lehren werden komplett hinterfragt, werden bezweifelt, kritisiert und wir müssen klar machen, was die Grundlagen unseres Glaubens sind. Und das war eine entscheidende Grundlage, warum sie Einheit miteinander bewahren konnten, warum dieses junge Christentum zu einer Bewegung werden konnte, die letztlich die ganze Welt erobert hat. Meine Beobachtung ist genau das, Einheit in Vielfalt gelingt da, wo wir diesen gemeinsamen Maßstab haben, selbst wenn wir dann nicht überall zu den genau gleichen Schlussfolgerungen kommen, aber in den wesentlichen Punkten bleiben wir beieinander, wenn wir sagen, wir halten fest dran, Schrift und Offenbarung, das gehört zusammen. Zweiter Bruch ist der Bruch zwischen Glaube und Geschichte. Auch das wird in der Bibel durchgängig beieinander gehalten. Johannes schreibt es hier zum Beispiel, Jesus tat, er schreibt hier, warum er dieses Evangelium geschrieben hat. Er sagt, Jesus tat vor den Augen seiner Jünger noch viele andere Wunderzeichen, die aber nicht in diesem Buch aufgeschrieben sind. Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes. Johannes sagt, ich habe hier eine theologische Aussage, Jesus ist der Sohn Gottes, der Erlöser, der Erretter. Und damit ihr das wirklich glaubt, habe ich euch Geschichten von Jesus erzählt. Und es war mir wichtig, diese Wunderberichte, die Tauben hören, die Lahmen gehen, die Toten stehen auf, das ist wichtig, dass ihr das hört, weil das hat Jesaja vorausgesagt, das wird der Messias sein, der genau das tut. Das heißt, seine theologische Botschaft basiert auf historischen Ereignissen, wie Gott in die Geschichte eingegriffen hat. Für die ersten Christen waren diese historischen Ereignisse grundlegend für ihren Glauben. Ihr kennt das Apostolikum, dieses allerbekannteste Glaubensbekenntnis. Was bekennen wir da? Wir bekennen da nicht theologische Überzeugungen. Wir bekennen Ereignisse in der Geschichte, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, also eine historische Figur, gekreuzigt, gestorben, begraben, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Das heißt, die ersten Christen haben bekannt, unser Glaube ist nicht nur so ein Denkkonstrukt. Er basiert auf Ereignissen, die passiert sind in der Geschichte. Timothy Keller macht deutlich, wie grundlegend wichtig diese historische Verwurzelung unseres Glaubens. Er schreibt, das christliche Evangelium ist kein gut gemeinter Rat, sondern es ist gute Nachricht. Es ist keine Handlungsanleitung, was wir tun sollten, um uns selbst zu retten, sondern vielmehr Verlautbarung, was bereits für unser Heil getan wurde. Das Evangelium sagt, Jesus hat in der Geschichte etwas für uns getan, damit wir, wenn wir im Glauben mit ihm verbunden sind, Anteil an dem bekommen, was er getan hat und so gerettet werden. Timothy Keller sagt, es ist entscheidend, Gottes Handeln und Eingreifen in der Geschichte, darin ist unser Glaube verwurzelt, darauf basiert unser Glaube. Und wenn wir das trennen voneinander, wenn wir den Glauben von den historischen Grundlagen lösen, dann verkommt Glaube zu einem schönen Gedanken, der aber die Kraft und Tiefe verliert, wenn er verwurzelt ist in realen Ereignissen, in der kraftvollen, in dem machtvollen Handeln Gottes in der Geschichte. Und deswegen, um nochmal auf dieses Zitat von Jakob Friedrich zurückzukommen, ist es eben keine Kleinigkeit, wenn ich sage, es ist halt beliebig, ob es wirklich passiert ist. Unser Glaube verliert Entscheidendes, wenn wir ihn von diesen historischen Grundlagen trennen. Und nebenbei verliert die Bibel ganz schlicht und einfach auch ihre Glaubwürdigkeit. Weil in der Bibel erkennen wir grundlegend dieses Prinzip, Gott handelt in der Geschichte und auf der Basis dieser Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt, daraus entsteht unser Glaube und unser Vertrauen. Die Bibel verliert ihre Glaubwürdigkeit. Ich kann das bei uns der evangelischen Kirche gut beobachten. Wenn unsere Konfirmanden zwar das Apostolikum auswendig lernen, dann aber merken, dass nicht mal ihre Pfarrer glauben, dass Jesus wirklich von einer Jungfrau geboren worden ist, selbst die durchschauen, dass da irgendwas nicht zusammenpasst. dritter Bruch passiert zwischen Vorbild und Stellvertretung. Jesus ist unser Vorbild, da sind sich Evangelikale und Post-Evangelikale einig. Wir folgen ihm nach, wie er mit den Menschen umgegangen ist, was er für die Armen, für die Schwachen, für die Ausgegrenzten getan hat. Darin ist er Vorbild, wie er selbst im Sterben seinen Feinden vergeben hat. Er ist unser Vorbild. Da sind sich alle einig, aber für Evangelikale gilt auch, Jesus ist auch ein Stellvertreter, der stellvertretend für uns gestorben ist. Könnten wir jetzt einen ganzen Vortrag darüber machen, weil es so zentral und so durchgängig in der Bibel bezeugt wird, dass es im Zentrum unseres Glaubens diese Aussage steht, Jesus ist an unserer Stelle für unsere Sünden gestorben. Der Theologe John Stott hat mal gesagt, wenn Gott in Christus nicht an unserer Stelle gestorben wäre, könnte es weder Sühnung noch Erlösung, weder Rechtfertigung noch Versöhnung geben. Wie gesagt, ein eigenes großes Thema, aber nimmt dieses Prinzip der Stellvertretung heraus und es bricht alles in sich zusammen. Es bleibt nichts mehr übrig vom biblischen Evangelium. Deswegen finde ich, hat die Evangelische Allianz Der Mensch ist durch Sünde und Schuld von Gott getrennt. Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, ist stellvertretend vor allen Menschen gestorben. Sein Opfertod allein ist die Grundlage für die Vergebung von Schuld, für die Befreiung von der Macht der Sünde und für den Freispruch in Gottes Gericht. Das ist das Zentrum des Evangeliums. Das ist das Zentrum der Botschaft, die wir gerufen sind, in die ganze Welt zu tragen. Aber wenn wir zum Beispiel lesen, was in diesem Buch, ich habe vorher davon berichtet, Glauben, lieben, hoffen, über dieses Thema steht, ich habe gedacht, das ist wie eine direkte Antwort auf diese Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, weil sagt der Autor, so wurde und wird häufig argumentiert, infolge des Sündenfalls ist der Mensch getrennt von Gott und nur ein vollkommenes Opfer kann die Beziehung zwischen Gott und Mensch wieder in Ordnung bringen. Ja, genau. Hat eigentlich mal jemand gefragt, warum eine Opferhandlung dies erreichen können soll? Gott vergibt, weil er ein gnädiger Gott ist, ohne dass Gott durch Töten und Blutvergießen milde gestimmt werden müsste. Um die Sünde der Menschen hinweg zu nehmen, braucht es eigentlich kein Opfer Spätischens an der Stelle wird deutlich, wir reden hier nicht über Randfragen, so Randthemen, die doch jeder sehen kann, wie er darf. Hier geht es wirklich ans Eingemachte unseres Glaubens, an den innersten Kern des Evangeliums. Ein bekannter Prediger hat mal gesagt, Spürtchen war es, mein Glaube am Ende reduziert sich auf vier Worte, Jesus starb für mich. Mit diesen Worten, muss ich euch sagen, will auch ich leben und wenn das in Frage gestellt wird, ist einfach alles in Frage gestellt. Es ist nun mal ein grundlegender, ein fundamentaler Unterschied, ob Gott uns einfach so vergibt oder ob er uns verurteilt, dann aber selber die Strafe übernimmt, ob wir uns nur subjektiv irgendwie schuldig fühlen oder ob wir wirklich objektiv schuldig sind und von Gott eigentlich im Gericht verurteilt werden müssten. Es ist ein Unterschied, ob Akt der Solidarität und Hingabe ist oder ein wirksames Opfer zur Vergebung unserer Schuld. Es ist ein Unterschied, ob wir nur belastete Menschen sind, die Zuspruch und Ermutigung bekommen sollen oder ob wir ohne das Kreuz verloren sind und Rettung brauchen. Ich muss es so deutlich sagen, aber da ist ein anderes Evangelium unterwegs. Ich nenne es oft das therapeutische Evangelium, das zwar viel Zuspruch uns bringen will, aber das an unserem Kernproblem vorbeigeht, unserem Sündenproblem, unser Verstricktsein in Schuld und Sünde, durch das wir nur dadurch befreit werden, dass wir mit Christus am Kreuz sterben und durch den Heiligen Geist neues Leben in uns weckt. Genau das will ja die Taufe zum Ausdruck bringen. Wenn wir das weglassen, haben wir den entscheidenden Teil des Evangeliums verpasst. Das hat Konsequenzen, natürlich für unser persönlichen Glauben, für unser persönliches Heil, aber auch für die Kirche. Ansgar Hörsting war lange Jahre der Präses der Freien Evangelischen Gemeinden. Er kennt also unglaublich viele Gemeinden im Land und er sagt, ich kenne keine missionarisch wirksame Gemeinde, in der es nicht Leute gibt, die Klau auf dem Schirm haben, ohne Jesus Christus sind Menschen verloren. Man wird das verlieren, dass wir ohne den stellvertretenden Opfertod Jesu am Kreuz verloren sind, dass wir Rettung brauchen, dann versandet auch die missionarische Dynamik, ich bin evangelisch, ich weiß wovon ich rede, denn bei uns ist Mission und Evangelisation komplett verloren gegangen. Und meine Beobachtung ist, er hat Recht, seine Erfahrung stimmt immer noch. Wo dieses Evangelium verloren geht, hören Kirchen auf und Gemeinden auf, missionarisch aktiv zu sein. Letzter Bruch ist zwischen Liebe und Gebot. Ich möchte diesmal andersrum anfangen, will gleich mit der postevangelikalen Position beginnen, nochmal aus diesem Buch, anders als geglaubt von Preston Ulmer, weil es auch so eine typisch postevangelikale Formulierung ist. Er schreibt, wenn Menschen sich von Dogma und Gesetzlichkeit entfernen und sich zur Liebe, Akzeptanz und Gnade hinwenden, werden sie von vielen Vertretern des Evangelikalismus als Bedrohung angesehen. Aber diese Menschen setzen voll und ganz auf den Geist des Gesetzes, nicht auf das Gesetz selbst. Führt mich zu der Frage, ist es besser, den Buchstaben des Gesetzes zu befolgen oder sich zu bemühen, nach dem Geist des Gesetzes zu leben. Jede unserer Regeln, die nicht dem Wesen Jesu entspricht, das Liebe ist, gehört nicht ins Haus Gottes. Ganz typischer postevangelikaler Text, der erstmal einen Gegensatz aufmacht zwischen Buchstabe und dem Geist. und da wird gesagt, Buchstabe ist minderwertig, entscheidend ist der Geist und der kann irgendwie scheinbar unabhängig von den Buchstaben agieren, der kann vielleicht sogar das Gegenteil dessen reinführen, wo der Buchstabe uns hinführt. Und das Zweite ist, da wird gesagt, wir müssen uns ans Jesus orientieren, ja richtig, aber dann wird sein Wesen reduziert auf die Liebe und tatsächlich ist natürlich die Liebe ein entscheidendes Wesensmerkmal von Jesus, aber eben nicht allein. Jesus ist auch heilig. Und Jesus hat deswegen keineswegs den Buchstaben des Gesetzes verabschiedet. In Matthäus 5 sagt Jesus, denk nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz oder die Worte der Propheten aus der Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen, denn ich versichere euch, solange Himmel und Erde bestehen, wird nicht ein Punkt oder Strich vom Gesetz vergehen. Er geht sogar weiter wie Buchstabe. Er sagt, kein Punkt, kein Strich wird vergehen. Wer auch nur eins von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen in diesem Sinn lehrt, gilt unter der Herrschaft des Himmels als der geringste. Wer aber danach handelt und entsprechend lehrt, der wird in diesem Reich hochgeachtet sein. Und in Johannes 14 sagt er, wer mich liebt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Jesus hat keine Buchstabenphobie, er hat keine Wortphobie, sondern er liebt den Buchstaben, der uns das Gesetz bringt, das uns zum Leben führt. Jesus macht keinen Gegensatz zwischen Liebe und Gebot, sondern er sagt, es gehört zusammen. Die Gebote helfen uns, gemäß der Liebe Gottes zu leben und zu handeln. Ich will es noch an einem Beispiel konkret machen. Jesus spricht zum Beispiel über das Gesetz des Ehebruchs. Er sagte in Matthäus 15, wer sich von seiner Frau scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch, außer sie hat zuerst die Ehe gebrochen. Jesus distanziert sich hier nicht von dem Gesetz des Mose und interessant ist dabei, dass hier der Begriff Ehebruch mit zwei verschiedenen Vokabeln genannt wird. Zuerst gibt es hier diese Vokabel im griechischen Moichau Ehebruch begehen und im zweiten Fall steht hier der Begriff Pornea für diesen Wort Ehebruch. Pornea ist interessant. Denn Pornea kommt 25 Mal im Neuen Testament vor, wird übersetzt oft mit Unzucht oder Hurerei. die Basisbibel übersetzt mit verbotene sexuelle Beziehungen. Ich finde das ist eine gute Übersetzung, weil wer mal guckt, in welchem Kontext dieser Begriff Pornea steht, da geht es tatsächlich um alles Mögliche. Es geht um vorehnlichen Geschlechtsverkehr, es geht um gleichgeschlechtlichen Geschlechtsverkehr, es geht um innerfamiliären Geschlechtsverkehr. Letztlich geht es um alles, was nicht passiert innerhalb des Rahmens von einer Ehe, von einem Mann und einer Frau. Und Jesus bestätigt hier, Pornea geht nicht. Die Apostel haben in Apostelgeschichte 15 beim Apostelkonzil gesagt, hey, ja, ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, aber ein paar Regeln gelten definitiv für euch dabei. Pornea Apostelgeschichte 21 nochmal, in der Offenbarung nochmal. Also, für die ersten Christen gab es durchaus Gesetze, die für sie weiterhin gegolten haben. Das bestätigt auch der Theologin Nicholas Thomas Wright, er schreibt, während der gesamten ersten christlichen Jahrhunderte, als jede Art von Sexualpraktik, die in der Menschheit je bekannt war, in der antiken griechischen und römischen Gesellschaft weit verbreitet war, bestanden Christen wie Juden darauf, dass die ausgelebte Sexualität auf die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau zu beschränken sein. Wenn ihr euch auch mal mit den frühen Christen beschäftigt, das war für die selbstverständlich. Heute wie damals denkt der Rest der Welt, das sei verrückt. Der Unterschied besteht leider darin, dass heute auch die halbe Kirche dasselbe denkt. Ich stimme N.T. Wright nicht ganz zu. Meine Beobachtung ist, auch heute ist der Großteil der weltweiten Kirche Jesu immer noch der Überzeugung, praktizierte Sexualität wird von Gott in den Rahmen einer Ehe aus einem Mann und einer Frau gesetzt. Mein Bruder ist Messonar, kommt weltweit viel rum und er sagt, die Christen auf der Welt lieben die Deutschen, aber sie sagen, bleibt uns bitte weg mit dieser Art von Theologie, die die Bibel zersetzt. Postevangelikalismus und progressive Theologie ist sehr laut in unserem westlichen Umfeld, weltweit gesehen, sind nach wie vor eine klare Minderheiten Position. Und wenn wir Historiker befragen, sagen sie immer, dieser ganz andere Weg, den die Juden und den dann auch die Christen in der Sexualethik gegangen sind, ja, das hat den Christen Widerspruch eingebracht, manchmal auch Verfolgung eingebracht. Aber es hat auch dazu beigetragen, dass die junge Kirche so enorm attraktiv war, denn biblische Sexualethik wertet Menschen auf, vor allem die Schwachen auf. Biblische Sexualethik verknüpft Liebe und Verantwortung, Lust und Verantwortung. Und es führt deswegen dazu, dass zum Beispiel Kinder in einem geschützten Umfeld einer Familie aufwachsen können. Und die Menschen haben gesehen, welche positive Folgen das hat, auch für Frauen zum Beispiel, dass sie geschützt sind und dass Männer aufgefordert werden, ihren Frauen treu zu bleiben. Ich glaube, wir leben zunehmend in dieser Zeit, indem wir wieder an Ausstrahlung gewinnen können, weil Menschen zwar erst mal sehr überrascht sind über solche Thesen und eben doch merken, wie schön und lebensfördernd biblische Sexualethik tatsächlich ist. Und deswegen bin ich überzeugt, auch dieses Thema ist kein Randthema. Es gehört mit zu dieser Auseinandersetzung dazu und wir sollten darauf achten, an der Stelle, wo die Bibel sehr klar ist, dass wir da auch sehr klar bleiben. Ich komme zum Schluss, ich habe noch fünf Minuten, das passt, drei Schlüssel für den Umgang mit Dekonstruktion. Wie begegnen wir dieser menschenzentrierten Dekonstruktion, die der Kirche Jesu, da will ich mich sehr klar positionieren, nicht gut tut, aus den Gründen, die ich genannt habe. Könnten wir jetzt auch einen ganzen Vortrag darüber halten, ich will es ganz knapp zusammenfassen mit einem Dreiklang, den ich in Johannes 15 Vers 7 finde. Jesus sagt da zuerst, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts bewirken. Und dann sagt er in Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, ihr werdet es bekommen. Und Dreiklang heißt hier, Jesus sagt, wir müssen in ihm bleiben, in Christus bleiben. Er sagt aber auch, die Worte Gottes, meine Worte, er ist Gott, die Worte Gottes sollen in uns bleiben. Und drittens sagt er, erwartungsvolles Gebet, dazu ermutigt er uns. Ich glaube, diese drei Dinge brauchen wir so dringend. Zum einen brauchen wir so dringend, dass wir in ihm bleiben, in Christus bleiben, tatsächlich in ihm als Person bleiben. Postevangelikale und Pragmatiker haben ja recht, tatsächlich, in der Mitte unseres Glaubens steht nicht ein Text, nicht ein Dogma, sondern der lebendige Christus. Und Jesus hat gesagt, das Wichtigste von allem ist es, Gott zu lieben, den Herrn dein Gott, also auch Christus zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit allem, was du hast. Die Liebe, die im Alltag praktiziert wird, zu Jesus Christus, zum lebendigen Jesus Christus, so entscheidend. Im Sendschreiben an die Epheser lesen wir, die Gemeinde ist fantastisch, aber der Heilige Geist sagt, Leute, ich habe aber ein Problem, ihr habt die erste Liebe verlassen, Leute, das müsst ihr ändern, sonst werdet ihr am Ende alles verlieren. Paulus sagt, das Ziel aller Unterweisung ist Liebe aus reinem Herzen und ungeheucheltem Glauben. So, auch das Ziel dieses Studientages ist nicht am Ende, dass euer Kopf noch viel voller ist, dass hoffentlich unsere Liebe zu Christus wächst. Und die Liebe ist so entscheidend. Meine Beobachtung ist, wo wir die Liebe verlieren, da wird Glaube kalt, hart und gesetzlich. Das Wörtchen hat mal gesagt, wenn der Geist Gottes fehlt, wird sogar die Wahrheit zum Eisberg. Es ist der Geist Gottes, der uns Jesus vor Augen malt, in all seiner Schönheit, in seiner Liebe, in seiner Hingabe. Es ist der Geist Gottes, der uns im Gebet sagen lässt, Abba, Papa, lieber Vater. Es ist diese Liebe zu Christus, die wir nicht verlieren dürfen. Aber dann sagt er, das Zweite ist auch wichtig. Er macht eben keinen Gegensatz auf zwischen Liebe und Buchstabe, sondern, Worte sind im Judentum wie auch im Christentum absolut entscheidend. Es gibt heute in der Postmoderne oft diese Theorie, Worte seien gar nicht in der Lage, eindeutige Inhalte zu vermitteln. Das stimmt natürlich, es gibt immer Missverständnisse, weil wir Worte manchmal unterschiedlich füllen und weil wir mit Worten unterschiedliche Assoziationen verbinden. Aber hey, unsere ganze Wissensgesellschaft basiert darauf, dass Worte sehr wohl in der Lage sind, eindeutige Inhalte zu vermitteln. Und so ist auch die Bibel der Überzeugung, die Botschaft der Bibel, sie mag in Teilen knifflig sein, aber die entscheidenden Sachen sind sehr klar. In Micha steht, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also da wird gesagt, hey, die entscheidenden Botschaften, die sind eindeutig, du kannst die Bibel lesen. Martin Luther hat gesagt, er hat von der Klarheit der Schrift gesprochen. Und es war ihm wichtig, dass wir in diesen Worten verwurzelt sind. Deswegen hat er sich die Mühe gemacht, dieses Wort zu übersetzen, damit jeder lesen kann und damit jeder sogar dem Papst entgegentreten kann und sagen kann, hey, in der Schrift steht aber was anderes. Es ist so entscheidend, dass wir verwurzelt sind in den Worten und was wir brauchen ist mehr als nur eine Kalenderspruch Theologie, wo wir jeden Tag netten herzerwärmenden Vers in unseren Kühlschrank kleben. Paulus hat gesagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben brauchen alle Schrift, um wirklich gesund verwurzelt zu sein in Gottes Wahrheit. Dafür brauchen wir die ganze Schrift mit ihren Ecken, mit ihren Kanten, mit ihren Provokationen und wir müssen auch unsere Freunde und unser Umfeld dazu anleiten, uns in der ganzen Schrift zu verwurzeln. Weil meine Beobachtung ist, wo wir die Liebe zu Christus fördern, auch die Verwurzelung in Gottes Wort verlieren, da driftet Kirche irgendwann ab. Sie hat nicht mehr die Widerstandskraft, um gegen die Einflüsse der Zeit stabil vorgehen zu können. Wo aber umgekehrt die Verwurzelung in Gottes Wort gepredigt wird, aber die Liebe zu Christus verloren geht, da wird Glaube eng, hartherzig, kalt und spaltend. Paulus hat deshalb gesagt, wir brauchen beides. Wir brauchen das Fundament der Apostel und der Propheten, deren Wort wir in diesem Buch hier finden. Und der Eckstein muss Jesus Christus sein, unser Herr, den wir lieben und dem wir folgen. Und wo wir beides haben, da hat Kirche ein gutes Fundament, um wachsen zu können. Und noch ein Wort zu erwartungsvollem Gebet. Lass mich das so deutlich sagen, die Auseinandersetzungen, die da passieren, sind nicht neu. Die Kirche war zu allen Zeiten angefochten durch Widerspruch von außen und von innen. Schon immer wussten die Leiter der Kirche, die Auseinandersetzung, dass das stattfindet, ist ein geistlicher Kampf. Den werden wir nicht nur mit Worten gewinnen, den werden wir nicht nur mit Argumenten gewinnen, den werden wir auch auf Knien gewinnen, wenn wir beten. Die ersten Leiter der Gemeinden haben gesagt, die wurden auch erdrückt von allem Organisatorischen, was da zu tun ist. Aber sie haben gesagt, Leute, wir müssen das delegieren, wir setzen Diakone ein, damit wir uns auf zwei Dinge konzentrieren können. Das Wort und das Gebet. Sie wussten, das sind die zwei entscheidenden Dinge, die wir brauchen. Die Kraft des Wortes Gottes und die Kraft des Gebets. Deswegen brauchen wir heute beides und ich finde deswegen diesen Ort so spannend. Wir brauchen die Ausbildungsstätten und wir brauchen die Gebetshäuser. Wir brauchen die Studientage und wir brauchen die Gebetsnächte. Wir brauchen die Zeit in Gottes Wort und die Zeit in Gottes Gegenwart. Wenn wir beides haben, dann dürfen wir zuversichtlich sein, in den Auseinandersetzungen in dieser Zeit nicht nur bestehen zu können, sondern gestärkt daraus hervorgehen zu können und erleben zu können, dass Frucht wächst und dass Kirche entsteht und sich ausbreitet auch heute im 21. Jahrhundert. Vielen Dank fürs Zuhören. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank.